Oskar war unten im Treppenhaus. Auf dem letzten Absatz, von dem aus man in Momsens Wohnung kann, aber auch raus in den Durchgang zum Hinterhaus. Halb lag er und halb lehnte er gegen die Wand. Porsche, der wie immer an mir vorbeigebrettert war, saß schon bei ihm, mit schräg gelegtem Kopf, einem hochgeklappten Ohr und Zunge raus. Wahrscheinlich überlegte er, seit wann Oskar im Flur übernachtete. Wenn ich von oben komme und es eilig habe, springe ich immer über die letzten Stufen auf diesen Absatz runter. Deshalb wäre ich um ein Haar auf Oskar gelandet. Ich sah ihn erst im letzten Augenblick und bremste erschrocken ab. Sein Schlüsselbund war ihm aus der Hosentasche gefallen und seine schicke neue Entwässerungsflasche war davon gerollt. Die Flasche hatte Lars ihm geschenkt, weil er fand, dass sein Sohn viel zu wenig trank und deshalb entwässerte und womöglich eines Morgens verschrumpelt wie eine alte Kartoffel in seinem Bett oder irgendwo in der Wohnung herumliegen würde. Jetzt lag Oskar vor mir im Treppenhaus. Ich musste sofort an Fitz gedenken, den wir letztes Jahr oben vor seiner Wohnung gefunden hatten. Mause tot. Ich hatte seine Schulter angetippt, um zu sehen, ob er nicht vielleicht doch noch ein bisschen lebte. Bei Oskar war kein Antipp nötig. Der lebte noch ziemlich lebhaft. Jedenfalls stöhnte er laut. Porsche klappte das eine Uhr runter und das andere hoch. »Geht's dir okay?«, fragte ich. Er stöhnte bloß weiter. Vermutlich hatte er auch die letzten Stufen runterspringen wollen und sich verhüpft. Hoffentlich war nichts gebrochen. Gebrochen ist nichts, aber es könnte was verstaucht sein, sagt er, als hätte er meine Gedanken gelesen. Hilf mir mal bitte. Ich ging in die Knie, legte einen von seinen Armen über meine Schulter und drückte mich dann wieder hoch. Wie konnte ein so kleiner Junge bloß so schwer sein? Wenn ich früher, als Mama und ich noch im Zweiten wohnten, eine schwere Einkaufstasche schleppen musste, hatte ich genau hier unten, auf diesem ersten Treppenabsatz, vorsorglich immer was aus der Tasche geholt und gegessen, eine schokoladige Kleinigkeit zum Beispiel, um weniger Gewicht nach oben wuchten zu müssen. Aber aus Oskar konnte ich schlecht was rausbeißen. »So ein Mist!«, jammerte er. »Kannst du mich rauf in die Wohnung bringen?« Ich schluckte runter, was ich eigentlich sagen wollte, nämlich, dass ich es eilig hatte, dass eigentlich wir es eilig hatten. Stattdessen sagte ich, »Klar! Was ist denn überhaupt passiert?« »Ja, genau! Was ist passiert?« »Die Frage stelle ich mir auch.« Wieder ein neuer Kriminalfall für Rico und Oskar. Doch die beiden haben sich verkracht. Nur gemeinsam können sie diesen Fall lösen. Auch im fünften Band der Serie geht es wieder um Freundschaft. Wer die Serie noch nicht kennt, sollte am besten mit Band 1 anfangen. Eine Hörprobe dazu habe ich euch hier verlinkt. Dies jedoch war die Hörprobe »Rico, Oskar und das Missverständnis«. Das Hörbuch hat eine Laufzeit von 7 Stunden und 46 Minuten und wird vom Autor Andreas Steinhöfel selbst gesprochen. Wenn dir die Hörprobe gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Hörbuch. Bitte lass auch ein Abo da. Hier rechts findest du eine weitere Hörprobe. Hörbuch 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 Untertitelung des ZDF, 2020